Die nächsten drei Punkte sind Tong Shen, Tong Wei und Tong Bei. Tong Shen befindet sich in der Nähe der medialen oberen Ecke der Patella. Wenn Sie den Bereich oberhalb der Patella palpieren, suchen Sie eine Vertiefung in der Nähe des Muskels und nadeln Sie die Vertiefung. Dieser Punkt liegt weder im Muskel noch auf dem Knochen. Zwei Zün, proximal von Tong Shen, auf der Leitbahn der Milz befindet sich Tong Wei. Tong Wei ist der gleiche Punkt wie Milz 10. Zwei Zün, proximal von Tong Wei, liegt Tong Bei. Untertitelung des ZDF, 2020